Let's Play FIFA 15 Wir schauen uns mal eine neue Nachricht hier an Hohe Erwartungen an Sam? Ne, ist keine neue Nachricht Wir haben jetzt hier den Saisonauftakt Schauen wir mal Trainer Di Matteo bereitet sich auf erstes Pflichtspiel vor Was sagen wir denn? Natürlich möchte ich mein Engagement hier mit einem Sieg im ersten Spiel starten Natürlich habe ich schon eine Vorstellung von der Startelf Aber das werde ich ganz sicher nicht mit der Presse besprechen Aber wir sind schon mal ein bisschen pissig Was meine Jungs bisher gezeigt haben, war durchaus beeindruckend Ich werde bezüglich der Aufstellung ein paar harte Entscheidungen treffen müssen Aber auch dafür werde ich schließlich bezahlt Ich habe keine Angst davor, die Spieler zu verärgern Wenn sie verärgert sind, bedeutet das doch, dass sie unbedingt spielen wollen Und so sollte es schließlich auch sein Da hat der Mann vollkommen recht Die voraussichtlichen Aufstellungen Christian Panda spielt bei Hannover 96 Sehr erfreulich Andrösen spielt auch Alle die Zeitglas Wunderbare Welt des Fußballs kennen, kennen auch Andrösen Ach das waren, das sind herrliche Momente Bei uns steht Aogo in der voraussichtlichen Aufstellung Ich weiß gar nicht, habe ich ihn aufgestellt? Ne, Kulasinaz spielt Ich würde jetzt trotzdem mal auf Aogo zurückgreifen Allein auch wegen der gefährlichen Standards Obwohl Boateng, die glaube ich bei uns tritt Aber wir lassen die Aufstellung mal so Hat uns ja in der Vorbereitung viel Gutes gebracht Aber Hannover 96 ist nicht einfach Haben ein paar wirklich sehr talentierte Spieler drin Oder Bittencourt zum Beispiel Oder Bittencourt oder wie auch immer ausgesprochen wird Was haben wir denn da für News? Benaglio leidet Na klar, Wolfsburg ist keine schöne Stadt Napoli verhandelt über Piszczek wechseln Da sollten die Dortmunder mal drüber nachdenken Beziehungsweise auf keinen Fall drüber nachdenken Ich glaube, Piszczek ist so einer der Spieler, der sich so stark entwickelt hat Nach seinem Wechsel von der Hertha Das hätte glaube ich keiner erwartet Uschi dagegen, das sieht eher nach Andreasen aus Oder Andrösen So, wir spielen in dieser Aufstellung Wir werden auch wieder erfolgreich sein in dieser Aufstellung, hoffe ich Der Schiedsrichter ist Harald Fimmler Das war bestimmt ein ordentlicher Fummler im echten Leben So, ich habe gar nicht gelesen, was wir machen müssen Was müssen wir machen? Ich weiß es nicht Achso, okay Wir müssen dribbeln Ja 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 Oh, jetzt müssen wir hier auch noch durch Achso, wir müssen Andere Seite Mensch Hunter Das hättest du doch wissen müssen Oh, 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 oh Ach komm, scheiß doch drauf Na immerhin Herzlich willkommen im Stadion Wir kommen in der ABD-Arena, was hier Waldstadion heißt Ich glaube, das Waldstadion steht in Frankfurt Frank Buschmann, Manni Polkmann sind die Kommentatoren Wir schauen uns die Aufstellung von Hannover 96 an Ron-Robert Zieler im Tor, der WM hält, der keine Sekunde gespielt hat Christian Panther, wie gesagt, der Schalker auf links Joselou und Briand spielt im Sturm Ja, Hannover wird sagen, eine Mannschaft, die so im oberen Tabellenmittelfeld anzusehen Und es sollte eigentlich Der Trepp scheint dem Neuzugang heute seine erste Chance geben zu wollen Dann drücken wir ihm doch mal die Daumen Der erste Eindruck ist ja auch entscheidend Mindestens ein Unentschieden sollte drin sein Dann machen wir den Spielaufbau ganz ruhig Uschida Kevin Prince Boateng Peter attackiert So, da ist doch Platz Boateng Ach, schade So, aber erstmal überkontrolliert Das Passspiel wirklich reinkommen Kevin Prince Boateng Ja, komm, Jeff, auf geht's Ah, Mist Verdammt, war er fast schon frei durch Ruhig, ruhig, ruhig Unten ist Platz, Aogo Aogo Und nun Jefferson Verfahren Ich muss ein Buch gehen Ja, Uschida ist, glaube ich, zu Recht ein bisschen entsetzt Ähm Stindl Klare Sache Das war jetzt auch eher Gewöhnungsbedürftig Und nun Jefferson Verfahren Mist Das war wichtig, wie er dahin gegangen ist Wie er diese Situation bereinigt hat Sehr schön Neustädter Auf, dann muss einer mit So, wir kriegen es doch alles frei Kein Abseits Und nun Jefferson Verfahren Ja, verdammt Gut, aber wir machen schon mal ordentlich Druck auf Hannover Das war nicht gewollt Das war nicht gewollt Auf, Hunter Und nun Leon Andreas Ja, Wolken Mist Der Hunter arbeitet gut Also bislang sind wir ja klar die bessere Mannschaft Schön das Spiel auf die Flügel verlagert Kein Foul Ach, komm schon Das lasse ich nicht durchgehen Und der Freistoß Blitz schnell ausgeführt Pass nach draußen Auf den Flügel Ach, Kim Wohle Den hast du Verteidigen Ach, nein Ja, da schaut er sich nach Hilfe Jetzt schneller Kontakt Das war doch ein Foul an Wo der Traxler Ach, komm schon Den hattest du doch eigentlich schon Vorwart Das war ja nur ein Rollerchen Ja, und dann steht er natürlich ganz gut Ganz sicher Und Das ist ein bisschen locker Maxi Meier Da wollte ich eigentlich nicht hinspielen Boah, das ist alles zu eng, oder? Mist Spiel doch schneller Jawohl Ob geht's, Uchi Jawohl Bis schneller In der Mitte ist nur Max Meier Was soll ich denn mit Meier auf die Flanke? Ja, der Ball war im Tor aus Ja, der Ball war im Tor aus Das habe ich auch gemerkt Meine Lieblingsvariante Jetzt eine gute Flanke Wahrlich keine schlechte Hereingabe Boah, jetzt sind die weit aufgeregt Das gibt's doch nicht Nein Auf Benni Hol ihn dir Ach, das gibt's doch nicht Verfickt nochmal Das hat verfickt nochmal gesagt Werd ich jetzt gesperrt Och, Hunter Ja Ja Max Meier Super Tackling Schmiedebach Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln Boah Mann, Mann, Mann So, nach einer guten Anfangsphase werden wir jetzt doch ganz schön hinten rein gedrängt Das war auch knapp Die Räume auch sehr eng Neustädter Jetzt kämpfen sie um den Ball Abseits Ach komm Er ist einfach zu früh losgelaufen Und zwar ins Abseits Ja, das ist Abseits Er läuft Bruchteile einer Sekunde Also nicht so zufrieden Als wie sich das Spiel entwickelt Gut gesehen So, wo ist ein Platz Das ist doch nicht wahr Das ist doch einfach nicht wahr Auf Jeff Jetzt aber Und da ist jetzt eine geile Flanke gekommen Wer erwarten wäre Das wäre echt witzig gewesen Aber Maxi Meier Und jetzt hat sie die Chance Gut abgeglockt die Flanke Abstoß Und da haben wir ihn Den kommenden Gegner Von Hannover 96 Ja, es geht gegen den HSV Im nächsten Bundesligaspiel Und das ist ein Gegner Der könnte eine Nummer zu groß sein So, bei 0-0 ist Denk ich mal ein Okay-Ergebnis für uns Es könnte besser laufen Aber Hannover hatte jetzt auch schon Ein paar Chancen Das war doch ein klasse Technik Geh doch mal richtig Könnte ich ausrasten Sehr schön Kein Abseits Komm, halt den Ball Halt den Ball Jetzt mal ein ruhiger Spiellauf Neustädter Uchida Uchida Aogo Kevin Prince Boateng Das ist mir knapp Jetzt hat er mal ein bisschen Platz für Uchi Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an Sensationell Sensationell gespielt Von der Laufkrieg von Boateng Der wirklich dahin läuft Wo eh schon 10 Leute stehen Anstatt in der Mitte zu bleiben So, ich glaube wir hätten uns mal die anderen Ergebnisse anschauen sollen Aber gut 0-0 zur Halbzeit in Hannover Bin nicht zufrieden Man merkt es mir auch an Ich bin ein bisschen gefrustet gerade Das läuft alles nicht so optimal Wie es gern hätte Und da gibt es auch wieder einen Freistoß Für Und wir spielen nächste Woche gegen die Bayern Das wird nicht einfach Daheim gegen die Bayern Für den FC Schalke 04 Bin mal sehr gespannt Das klingt doch vielversprechend Ich freue mich drauf Das sind zwar 3 Euro ins Frasenschwein Aber man sieht es hier Fußball ist ein Mannschaftsspiel Das war suboptimal Aber immerhin haben wir einen Abstoß bekommen Ist der dicht dran? Ne Die versteht sich blendend Bestimmt dann doch noch den Ball abzunehmen Ich weiß nicht ob ich gerade schlechter geworden bin Oder Woran es liegt Jawohl sehr schön Da spielt Die Linie lang Aber doch nicht dahin So ein Mist Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar Er muss Abstoß geben Ja der Hinterler zeigt es auch an Der Hunter Ich weiß nicht wie oft ich jetzt schon geknurrt habe Während ich das Spiel jetzt Aber es ist auch zum Knurren Weil mit dem Unentschieden wäre ich ja zufrieden Hätten wir schon mal einen Punkt mehr Als es in der Realität der Fall war Und wenn der Traxler da jetzt mal lang gegangen wäre Und er hätte mal einen schönen langen Pass spielen Können Okay jetzt mache ich gerade wieder Murks Und da ist der Torfahrmüfer Ich raste aus Das gibt es doch einfach nicht Das ist so ärgerlich Das ist einfach nur ärgerlich Das ist eine klasse Leistung bisher Hier ist auch gar nicht viel zu machen Da sollten sich andere mal an die Nase fällen Das ist ein blöder Ballverlust Der Spiel den Ball doch noch lascher Irgendwie läuft es nicht Ich weiß nicht warum Es läuft einfach nicht Das ist ein bisschen offensiver Ich habe schon wieder keinen Platz Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt Ja Oh Gott Verdammt War abseits Mist Ja hier sehen wir die Statistik des Balls Wir stellen jetzt offensiver Max Meier nehmen wir mal raus Bring Sam dafür Sam geht halt auf links Traxle in die Mitte Ich weiß es ist nicht die optimale Position für Sidney Sam ist Aber das ist mir egal Ja tut mir leid Aber wir haben ja gesagt dass wir unpopuläre Entscheidungen treffen müssen Wir haben es schon so oft erlebt Vielleicht passiert es diesmal auch schon Pressing gemacht Und es gibt da doch keine Niederlage Und es gibt da noch ein bisschen Kevin Prince Boateng Kevin Prince Boateng Kevin Prince Boateng Ja komm schon Mach ihn rein Ja Ja 1 zu 1 Sehr schön Julian Traxler mit dem Abstauber Oh man oh man oh man Kann es doch noch was werden Jetzt müssen wir aber doch wieder ein bisschen Bisschen Machen wir es ausgeglichen Weil mit dem Punkt bin ich dann jetzt doch irgendwie zufrieden Die Kugel hin Genau vor die Füße des Stürmers Und der schiebt ein Gutes Tackling Gutes Tackling Aber der Pass war doch ein Murks Schmiedebach Nein 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 Komm Sam Komm Ja Stark gemacht Ganz stark Auf Neustädter Raum vor dir Und du spielst den Ball genau dem Typen in den Fuß Nein 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 Jetzt haben sie sich die Führung geholt Eieieieiei Eieieieiei Meine Verteidigungsgut Das ist ja Ach Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen Das ist klasse gemacht wie sie sich den Ball hier hin und her spielen Jetzt ist er Sieht doch aus Muss man wieder ruhiger verteidigen Aufsicht nicht sein Du bist doch schnell Ja, toll Wahnsinn Super Pass Und diese eine Körpertäuschung, die du da ausdrückst. Und das war doch kein Faubelspiel. Ich raste echt gleich aus. Das ist einfach nur zum Kotzen. Und es gibt Freistoß gegen Schalke nach diesem Foul. Nee. Das ist doch wirklich ein Witz. Das haben wir auch überhaupt keinen Faktor in dem Spiel. Das gibt es doch nicht. Ich lasse mich hier wirklich so einfach ausspielen. Das ist unglaublich, wie schlecht ich bin. Okay, das war eine gute Variante. Wir hatten jetzt alles nach vorne. Es ist nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. 2 zu 1 steht es. Wer ist denn der Nächste auf der Liste, Bushi? Der nächste Gegner des FC Schalke 04 heißt Bayern München. Geht er rein? Das war ein unglaublicher Reflex des Kiebers. Geil, wir holen uns hier noch den Ausgleich. Und er läuft zum Eckball raus. Es könnte die Entscheidung sein. Geht er zum Ball, Uchida. Oh nee. Nee, oder? Verdammt, jetzt ist auch noch Draxler verletzt. Hoffentlich nichts Schlimmes. Immerhin haben wir ja das realistische Ergebnis. Ach, Mist. Hannover leitet gleich mal den Konter ein nach dem Schiedsrichterball. Wo gibt es denn sowas? Jetzt wird Boateng da auch noch. Doch, kein Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Ach, Vorteil? Nee. Die Frenz gehen hier richtig, Jakob. Der Tor läuft runter und wir verlieren 2 zu 1 in Hannover. Das gibt es doch nicht. Ich bin absolut begeistert, Manni. Das ist absolut immer. Ja, er hat auch Freistoß entschieden. Ja, okay, langsam läuft die Uhr auch runter. Und das war's dann. Kann er sich den Ball holen? Fiotake? Kurz vor dem Spielende nochmal die Freistoßmöglichkeit. Okay, das ist der gefühlt achte Freistoß hintereinander. Aber er muss doch nicht die gelbe Karte zeigen. Und er kam, da kam das, das wissen wir. Sönlich überzogen und er bringt sich damit als Schiedsrichter auch unter Druck. Boah! Auf, jetzt noch ein Konter vielleicht. Neustädter. So, das könnte jetzt die letzte Möglichkeit sein, um hier noch zum Ausgleich zu kommen. Kein Abseits. Komm, bring die Flanke. Sehr gute Flanke. Wir verlieren 2 zu 1 in Hannover. Wie die echte Mannschaft auch. Wirklich ärgerlich. Jetzt haben sie das erste Spiel der neuen Saison verloren. Keine hatte damit keine Wäsche. War wirklich kein gutes Spiel von mir. Hätte sogar vielleicht noch höher ausgehen können für ein Wohlfahrt. Das 1-1 war eher glücklich. Und danach, im Konter haben wir den Ball verloren und daraus ist es 2-1 entstanden. Es hat Ihnen genauso Spaß gemacht, wie mir, sich dieses Spiel anzugucken. Mein Name ist Maribold. Also gleich mal ein Fehlstart in die Saison. Tschüss, auf Wiedersehen. Bis die Tage. Schauen wir uns trotzdem nochmal die Spielhöhepunkte an, auch wenn wir es wirklich nicht... Ach, das Tor von Joselou schauen wir uns nochmal an. Ja, da fährt man noch leicht dran. Das Tor von Draxler schauen wir uns natürlich noch viel lieber an. Sidney Sam, der frei durch ist. Ich weiß gar nicht, ob Draxler nicht im Abseits steht. Aber... Und das Tor von Manuel Schmiedebach. Da wirklich miserabel verteilt. Ich weiß nicht, was ich da mit... Da war das Matip oder Neustädter. Was ich da mit dem gemacht habe. Wirklich miserabel. Messi klatscht uns trotzdem Beifall. Wir verlieren zum Auftakt. Wir schauen uns alle Ergebnisse an. Überraschend. Eintracht, klarer Sieg gegen Freiburg. Ansonsten eigentlich keine großen Überraschungen. So, Spieler ist verletzt. Er wird zwei Monate ausfallen. Ellbogenfraktur. Also wir sind erstmal komplett ohne Julian Draxler. Ist das nicht schön? So ein Mist. Dafür haben wir ja Chubo Moting verpflichtet. Und dafür können wir doch mal Leon Goretzka mit in die erste Mannschaft nehmen. Aber das ist richtig ärgerlich. Jetzt fällt auch noch Julian Draxler aus. Und wir haben zum Auftakt 2-1 verloren. Mal schauen, ob der Stuhl schon wackelt. Bislang anscheinend noch nicht. Nein, ich möchte die Karriere nicht beenden. Obwohl es nach dem 2-1 momentan fühle ich mich so. So, wir simulieren mal bis zum nächsten Spieltag. Im Büro gibt es auch eine neue Meldung. Na, als ob der Kompanie von Man City weggehen würde. Wir spielen jetzt nämlich das nächste Spiel zu Hause gegen die Bayern. Wir schauen mal. Neue Nachrichten gibt es eigentlich keine. Dass Julian Draxler verletzt ist, wissen wir leider schon. Und jetzt gegen die Bayern wird es natürlich nicht einfach. Aber das sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA mit dem FC Schaden. Schalke 0-4. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ich weiß nicht, wie oft ich geflucht habe oder wie oft ich unzufrieden war gerade. Aber es lief einfach auch nicht gut. Die ganze Zeit in der Vorbereitung hat es gut geklappt. Im nächsten Spiel gegen die Bayern wird alles besser. Ich bin mir sicher. Wir sehen uns. Bis dann.